Oh, jetzt! Oh, 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 oh! Schau, jetzt kannst du hier vorne schauen, gehen wir da hoch. Voll gut! Wenn es im liebsten Fall ist, kannst du dich mitbekommen empfosten. Jetzt fährt es, schau! Jetzt kommt der Bär. Ich hübe dich. Die ganze Zeit heben kann ich aber auch nicht. Sonst kriegst du nicht raus, wenn du nicht bist. Gell? Und so, oder? Das ist der Kness. Soll ich mich oben nehmen? Aber mit dem Zug kannst du auch zum Fenster holen. Guck, guck! So ist besser. So ist es. So ist es. Nein! Wir lehnen dich an. Schau mal, wenn wir hier hochfahren. Hier hat es ein Seilchen, das aus Mählin zieht. Schau mal hier in den Rollen hinein. Siehst du den Rollen? Schau mal hier. Ah, nein! Hänge. Schau mal hier! Auflage! Auflage! Das ist ein Seilchen. Nein, die Zahnbahnbahn ist es nicht. Nein, nein. Es ist das Steil für die Zahnbahnbahn. Das ist ein Seilchen. Schau mal hier. Schau mal hier. Schau mal hier. Oh, ja, schau mal hier. Schau mal hier. Oh, ja, da hat es noch mal einen Wasserfall gehabt. Ja, da hat man den Wasserfall gesehen. Ja, schau mal, wie wir den Berg ausfahren. Das ist ein Seilchen. Ich bin, ich bin. Ich bin ein Seilchen. Die anderen haben Nichts. Haben wir hier alle mit? Rauschen? Wir geniessen alle das Zulnesschy? Ja. Ich bin nicht nicht. aquilo, aber ich bin nicht nicht mehr. Ich bin nicht mehr... Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Das ist schon ein cooles Bändchen. Das ist meine Wohnung. Nur das Seilium. Für die Wohnung ist das Seilium. Vorne hat es gerne eine Ausweichstelle. Können Sie es noch kürzen? Wieder zugefügt. Oh, da kommt eins entgegen. Ja, gut, eins. Zwei Bändchen. Die ziehen wir. Das ist ganz sicher. Jetzt gehen wir auf den Einzelnen. Schau mal. Bügt er richtig ab? Bügt er richtig ab, weil ich dachte, wir müssen ein Seil nachmachen. So gut. Und bergabbrüchen. Jetzt schau. Bergabbrüchen und Bremsen. Doch, der hat auch ein Seil. Ja. Das ist nicht ein Endlosseil. Ziehen Sie den wieder an? Ziehen Sie den Seil wieder an? Das ist einfach nicht ein Endlos. Ich glaube, es sind zwei. Die können sich sicher in der Mitte kürzen. Ja. Jetzt werden zwei Seilen geführt. Ja. Ja. Ich meine, das ist ja auch die Anhalter da oben. Woher willst du? Ja, weil da eine Kiste. Ja. Da. Ich bin da. Was sind das für Spuren? Was sind das? Für Spuren. Ah, die steht. Die sind Spuren. Was sind das denn? Für Kärtchen. Ich habe das viele Hässchen. Ja, da sind sie auch. Ja, da sind sie auch. Schau. Nein, das ist falsch. Sie sind vorne nebeneinander. Aber sie hat ja nie so lange etwas abzusetzen. Aber sie hat ja nie so lange etwas abzusetzen. Es läuft in die Richtung, die vorderen Reine. Ja, ganz genau. Aha. Ja, das stimmt. Ja, das können wir sein. Vielleicht hat der Grosspapp nicht recht. Ja, ja. Ja, ja. Uns hat es eben auch schon gegessen in Finnland. Ja. Ja. Ich fühle es eher ein Luchs. Ja, ja, ja. Schau. Sie sind dort schon in den Schnee hinten. Ja, ja. Hier ist ein Fuchs. Wie? Wo ist ein Fuchs? Nein, ein Fuchs ist kein Dorf. Ein Fuchs ist kein Dorf. Nein. Gestern ist er bei uns herumgestrahlt, als er so getötet hat. Ja, das stimmt. Ja. Und bei uns zuhause ist definitiv auch einer unterwegs. Ja. Ja. Dann hat Camilla sein Fleisch wieder mitgebracht. Sind wir schon im ersten? Ja. Ja. Hallo. Ja. 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 Wenn sie ausbrechen, kann man den Sessel in den Lift fahren. Kannst du eigentlich auch nicht. Ja. 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 Aber dort ist es. Ist es ein Sessel? Ja, du sagst. Es ist geläge oder so. Nein, aber da habe ich gesessen. Ja, ich habe den Sessel auch gesehen. Aber das ist interessant. Ja. 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 Ja.